Guten Abend, da liegt dir ein wunderbarer Ring. Ein zierliches Stück. Wem gehört der von Ihnen beiden? Und Sie tragen ihn auch? Ich trage ihn, selten, aber ja. Und Sie haben ihn bekommen? Von meiner Mutter, die ihn von einer guten Freundin der Familie vor vielen Jahren gekauft hat. Und diese Freundin kommt aus Bulgarien. Also der Ring stammt aus Bulgarien. Das ist ja interessant. Wenn ich mir den Ring so anschaue, dann beschreibe ich ihn erst mal. Wir haben also einen sehr großen Schmuckring mit einem sehr hellen Amethysten. Der Ring ist in Gold gefasst. Um diesen großen Hauptstein zieht sich ein Kranz von in Silber gefassten kleinen Diamantrosen herum, die schon durch das Alter etwas dunkel geworden sind, weil sie ja hinten foliiert sind. Der ganze Oberbau des Ringes liegt hier auf einer Schiene. Sie sehen richtig den Unterschied. Wir haben oben das silberne Teil. Dann kommt das große ovale Unterfütterungsteil. Und dann fängt hier die Schiene an, die sich gabelt und in dem Ring endet. Der Ring ist innen hohl. Man kann also reingucken und sieht den facettierten Amethysten. Der Ring selber, Bulgarien, ist nicht so weit weg von der K&K-Monarchie. Also es geht ja in den Osten hinein. Und dort gibt es in Wien einen Hofjuwelier, einen großen, der heißt Köchert. Und ich kenne einige Ringe, die genau diesen Unterbau haben. Es könnte also sehr gut sein, dass er von Köchert gemacht ist oder eben in Wien oder in der österreichisch-ungarischen Monarchie, die sich eben an diesen Hofjuwelier orientieren. Was ja auch von der Zeit her passen würde. Was in der Zeit passt. Das ist also 1870 bis 1890. Jetzt ist die Frage, wenn man diesen Ring anguckt, da muss man ja schon so eine Riesenhand haben wie ich, damit er noch zierlich wirkt. Wer hat sowas gekauft? Wer hat sowas getragen? Und da sind wir eben nicht bei der Tante, sondern wir sind bei Bischöfen. Das ist ein Bischofsring. Das haben wir uns auch schon mal überlegt, aber nicht zu träumen gemacht, dass sowas wirklich wahr sein kann. Bischöfe sollten Keusch leben und sollten dem Trunke nicht anheimfallen. Und was sagt uns das? Das sagt uns, also Bischofsringe sind immer mit Farbsteinen besetzt. Sehr häufig haben wir auch die Verarbeitung von Amethyst, wobei der Amethyst ist schon seit dem Altertum dafür berühmt, dass er angeblich gegen die Trunksucht hilft. Keuschheit spielt da noch eine Rolle. Ja, das wollen wir jetzt nicht näher beleuchten, aber von der Verarbeitung her und von dem Stein ist es ohne weiteres möglich, dass es so etwas gewesen ist. Wenn wir den Ring jetzt von der Seite betrachten, dann sehen wir, dass das zu einem gequetschten Oval ist. Der ist kleiner gemacht worden. Der war sehr groß, der Ring, also höchstwahrscheinlich so hoch sogar. Und die wurden ja auf den Handschuhen getragen, nochmal obendrauf. Der war doppelt so groß. Das sieht man hier. Der Goldschmied hat ihn zusammengezogen und verkleinert. Also der Amethyst, der hier drin verarbeitet wurde, ist ein Stein, der hat jetzt keine so hohe Farbqualität. Wenn Sie drauf schauen, sehen Sie ja, dass die Farbe nicht gleichmäßig über den Stein verteilt ist, sondern dass sie also ein bisschen konzentriert ist. Und dass er sehr hell ist. Es ist auch so, das kann auch sein, dass der Stein ursprünglich mal eine wunderbare Farbe hatte, aber im Laufe der Zeit beim Tragen ausgeblasst ist. Das ist eine typische Eigenschaft, die durchaus bei Amethyst auftreten kann, dass er die Farbe im Laufe der Zeit verliert. Wenn wir abschließend auch noch eine Bewertung machen, dann liegen diese Ringe so zwischen 600 bis 800 Euro. Kommt aber unter anderem daher, dass ja der größte Teil nur aus dem Amethyst besteht. Also der Goldanteil da doch sehr gering ist. Und die Punzierung könnte da gewesen sein, wo man den Ringkneider gemacht hat. Ah ja. Also freuen Sie sich dran. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank.